Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir melden uns heute wieder einmal aus der grünen 80 in Basel und zwar aus dem Kinderhaus Strubelpeter. Das Kinderhaus Strubelpeter ist ein ganz spezieller Beitrag von GOP an alle Besucher mit Kindern von 3 bis 7 Jahren. Aha, das sind ja meine die richtig grossen Künstler am Werk, hm? Ja, das ist der Raum zum Malen und zum Werken. Kinder werden vom ausgebildeten Kindergärtnerinnen betreut. Sie können ihre Fantasie erwalten und Anregungen und Bastelerbchen mit heim nehmen. Aha, ich glaube, da sind wir gerade mitten in ein ganz lustiges Theater hinein geplatzt, oder? Wir haben hier allerlei Tücher, Kleider und Requisiten, damit die Kinder selber teatern können. So, ich glaube, euch gefällt es doch hier in diesem Spielhaus von GOP, oder? Ja. Eben, ja. Und ich glaube auch alle die Kinder, die zuerst durch die neue Umgebung eher ein bisschen verunsichert sind, die fühlen sich natürlich bei den Kindergärtnerinnen und den Betreuerinnen vom GOP Spielhaus sicher wohl. Sie sehen, GOP ist auch für Sie hier an der Grün 80 in Basel. Und damit darf ich zurück ins Studio. Danke, Grün 80. Bei GOP ist aber auch für die ganz Kleinen gut vorgesorgt, zum Beispiel mit Fisan für sanfte und wirksame Hautpflege von Ihrem Baby. Dann die Fisan-Produkte, die sind speziell mild und enthalten Nährstoffe, die die zarte Babyhaut wirksam pflegt und regeneriert. Fisan-Babypflege gibt es bei GOP in einer grossen Auswahl. Aber auch Höschenwindeln, wie die Moltex Kombinett. Diese bieten Ihnen entscheidende Vorteile. Die Moltex Kombinett mit dem doppelten Saugkissen behaltet Ihr Baby spürbar trockener. Jede Schicht hat jetzt noch mehr Füllung, noch mehr Volumen, also noch mehr Saugkraft. Die Moltex Kombinett gibt es bei GOP für jedes Babyalter und diese Woche erst noch zum GOP hat Aktionspreis. Für die Baby-Haarpflege können Sie bei GOP jetzt auch wählen zwischen zwei bekannten Marken, nämlich ein milder Johnson's Baby Shampoo für jedes Haar und jeden Tag und ein Gloria Baby Shampoo mit der milden Kamille. Sie sehen, GOP macht es auch den jungen Müttern möglich, bekannte Vertrauensmarken zu günstigen Preisen einzukaufen. Und jetzt haben wir Ihnen noch einen guten Tipp für Ihren Einkaufsbummel an der Bahnhofstrasse in Zürich. Morgen, am 9 Uhr, wird dort der neue St. Annenhof eröffnet, eines der grössten Warenhäuser in der Schweiz. Mit dem St. Annenhof bietet Ihnen GOP wieder ein neues Haus voller Ideen. Und das nächste Wochenende gibt es erst noch ein grosses Eröffnungsfest. So, das wär's. Wir danken fürs Zuschauen. Und gehen weiter ins Coop-Center. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt's beim Coop 1 kg Glas Midi Erdbeer-Gonfitüre statt für 3,90 Euro nur 2,90 Euro. Und 450 g Midi Kirsi-Gonfit statt 2,10 Euro für nur 1,70 Euro. 6 Schweizer Landeier für nur 1,70 Euro. Und als aktueller Preisschlager Moltex Hösle-Windle 30 Stück für den Tag für nur 6,20 Euro. Und 24 Stück für Kleinkinder für nur 8,20 Euro. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Coop Sultanine Gugelhopf statt 2,30 Euro nur 2 Franken. Und 2 Liter Coop Sonnenblumenöl statt 6,80 Euro nur 5,80 Euro. Profitieren Sie von diesem Angebot morgen in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.